Herzlich Willkommen zu WrestleMania 24 Willkommen zum Finale, zum WWE Title Match im Main Event Chris Jericho gegen Randy Orton Was wird passieren? Wird Jericho den Titel gewinnen oder wird Orton verteidigen? Wir werden es heute herausfinden Ja Untertitelung. BR 2018 Ja, war ganz gut erklärt von Jerry Lawler, äh, sorry, von Jim Ross, war es super erklärt. Ich habe so viele Versprecher, ey, das tut mir ehrlich leid. Und, oh, Chris Jericho hat noch was zu sagen, vor dem Match, dann lassen wir ihn einfach mal reden, was er zu sagen hat. Chris Jericho hat's to save the day, unlike some so-called heroes, I don't have to wear a mask, I don't have a secret identity, what you see is what you get. And what you see is going to become the new WWE Champion before the night is over. Randy Orton, you're nothing but a clown who will never, never be beat. Hmrail Naja, eigentlich heißt es Raw is Jericho, aber das lassen wir einfach mal durchgehen. Nels ever! War ja auch ganz cool, dass man es reingebracht hat. Wer geil will denn da zum Club? Raw is Jericho. hardcore match jetzt wird es brutal jetzt kommt das ging schief das ging schief bei mir jetzt kommt jawohl kommt jetzt haben wir ihn ja und ein nein jetzt kommt so kommt raus ja jawohl ja ein selbstbewusster superstar anscheinend randy orton so arke auffordern die alle wird aber nicht passiert so jawohl und cobreaker cobreaker und lion's soul lion's soul von chris jericho der bisher mit dem wir bisher nicht gezeigt haben jetzt das ging schnell das ging schnell wollte ja nicht gar nicht nur egal wenn wir in jordan so leicht verwundbar ist krass das ging schnell und dropkick schön jawohl hui das war ein schöner flug chris jericho hat es geschafft er ist wwe champ ja ich wollte eigentlich nicht so schnell werden weil ich dachte er kickt aus aber dass er so schnell verwundbar ist krass bonus freigeschalt das senario von jericho ist abgeschlossen bedingungen erfüllt masket man ist spielbar jetzt kannst du den exorbitischen modus oder den exorbitischen matches als mysteriöser masket man in den ring steigen gott ich habe so viele versprecher ich brauche mal eine pause jetzt naja jetzt ist ja die road to wrestlemania mit chris jericho vorbei und ja es fehlt nur noch eine road to wrestlemania und das wird wohl die letzte das letzte szenario sein was wir spielen werden vorerst weil wir wissen ja nicht ob so wie btwk 15 wieder kommt aber es wird vorerst das letzte mal sein dass wir die road to wrestlemania spielen werden und das wird mysteriös batista sein als tagteam darauf könnt ihr so gespannt sein und das wenn wir dann beim nächsten mal spielen bei nächsten aufnahmesession bis zum nächsten mal leute haut rein alles gute und ciao